Rote Rosen, ARD, echte Raufbold verstärkten Cast, Fans erkennen ihn sofort. Die Besetzung von Red Rose überrascht die Fans immer wieder aufs Neue. Auch während der Sommerferien der ARD-Telenovelas gibt es kaum einen Tag, an dem nichts in den sozialen Netzwerken gepostet wird. Staffel der ARD-Serie mischen sich viele neue Gesichter mit bereits bekannten Rote Rosen für ihren Lieblingen. Sonst sind ihre Erwartungen hoch. In der 23. Und sie haben es wieder getan. Ein neuer Schauspieler wurde bekannt gegeben, und er ist alles andere als unbekannt. Rote Rosen, ARD, Fans werden es sofort wissen. Auf der offiziellen Instagram-Seite ist erneut der Vorstellungsklip des neuen Rote Rosen-Darstellers aufgetaucht. Natürlich wie gewohnt pixelig. Diesmal waren die Hinweise so eindeutig, dass die Fans bereits davon überzeugt waren. Dass der Schauspieler aus Köln stammte und sich als echter Kölner Kerl vorstellte. Und er blieb bereits dreimal anonym. Denn er galt in den letzten beiden Staffeln von The Teacher als einer der Bösewichte. Allerdings war im ZDF-Film das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel auch in einer völlig gegenteiligen Rolle zu sehen, als Märchenprinz. Zumindest hat es den Nerv der Fans getroffen. Plus rote Rosen, ARD, die Dreharbeiten beginnen wie gewohnt. Doch dann gerät alles aus dem Ruder. Plus rote Rosen, ARD, er muss es sein. Viele Leute sagen in den Kommentaren. Aber die Fans sind bereits fleißig dabei, uns zu verfolgen, sodass wir ein noch besseres Fazit sehen können. Er ist ein Freund und Anhänger von Yunus, Maike und Basso auf Instagram. Ein anderer Zuschauer gab zu, dass ich auch auf Young Team wette. Neben den allgemeinen Erwartungen gibt es auch ein wenig Unzufriedenheit auf Seiten des Zuschauers. Ich hoffe, dass Sie aus Rote Rose keine Teenie-Serie machen, weil es viele sehr junge Schauspieler gibt, beunruhigt ein Zuschauer. Es gibt auch Menschen, die sich nur auf das Ende der Sommerferien freuen und sagen, dass ihre Ferien langsam erfüllter werden.